Moin und hallo und willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Ich stehe hier noch bei dem Leviathan, dem wir in der letzten Episode noch das G-Mittel verabreicht haben. Und wir sozusagen das beendet haben, was unsere Schwester noch machen wollte. Und dann können wir damit jetzt auch abschließen. Die Frage ist jetzt natürlich, wo geht's jetzt hin? Wir haben hiermit abgeschlossen. Und... Ja. Wir müssen mal schauen, wo wir jetzt hingehen. Ich könnte noch Sachen mitnehmen, fällt mir gerade so auf. Ich habe ja jetzt Inventarplatz hier. Das was nehme ich mal mit hier, die Sachen. Wenn schon, denn schon. War hier noch was, was hier rumliegt, ne? Hier war nichts mehr, ne? Hoffentlich ist ein Salzbauer noch hier, okay. Tja, jetzt hat er nichts mehr, wa? Jetzt können sie nichts mehr machen. Das wäre cool, wenn man sowas hier auch im freien Gelände irgendwo bauen könnte. Dann gehe ich gerade nochmal nach oben, sammle noch ein paar Sachen ein. Brauche ich vielleicht nicht mehr, aber wenn ich jetzt gerade ein leeres Metall habe, kann ich das mitnehmen. So, oh, ich sehe gerade, wir brauchen ein bisschen Platz. So viel Platz habe ich gar nicht mehr. Hier war nämlich noch Synthetik, glaube ich. Nee, den habe ich mitgenommen, okay. Nee, noch nicht. Ha, siehste. Okay, dann haben wir jetzt alles, glaube ich, ne? Jetzt habe ich ja alles weggeplündert. Jetzt nochmal ein bisschen Inventar ist auch schon poppevoll. Perfekt. Das ist Salzbauer, siehst du, die hätten wir noch gebrauchen können. Okay, so, dann haben wir das auch geschafft. Jetzt ist die Frage. Worum müssen wir hin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich gehe nochmal kurz umgucken. Ähm, ich hätte gesagt, ich gehe mal zu der Basis 0. Und wir gucken da mal, ob wir da richtig sind. Ich bin noch nicht davon überzeugt. Ich habe das Gefühl, wir haben noch irgendwas übersehen. Wie soll ich denn noch was übersehen? Und da müssen wir noch schauen. Ich mache mich jetzt auf den Weg dahin. Das wird im Moment dauern. Aber ich hoffe, ihr bleibt dran. Und wir gucken mal, ob wir da richtig sind. Das Problem ist nur, ich muss vorher, glaube ich, zurück, ne? Warte mal. Jetzt muss ich mal gerade nachdenken. Tüt, tüt, tüt. Wir müssen da hinten hin. Ja doch, wir müssen erst zurück. Und dann muss ich die Sachen sowieso einladen. Weil wir müssen die Sachen dann vor Ort craften. Außer ich packe es in die mobile Kiste. Hm. Ich gucke gerade hier nochmal rein. Aber hier hatte ich nichts mehr, ne? Ja, hier hat sich das auf jeden Fall zugebaut. Also hier ist auf jeden Fall warm dann. Warum das alles überwacht werden musste, weiß ich nicht genau. Da sind die Dinge aber nicht mehr aktuell hier. Das ist eine Dauerschleife hier. Weil da sind noch die Pocken dran. Aber der hat keine Pocken mehr. Die haben ihn geheilt. Okay, wir machen die Tür wieder zu. Hat keiner gesehen. So. Wir müssen eigentlich noch ein paar Sachen lesen unbedingt hier. Ich will jetzt nicht zum Ende kommen. Dann stehen wir da. Das heißt, wir müssen zwischendurch noch was lesen. Wir fahren erst mal zurück. Und dann lesen wir noch mal was an. Ich würde so gerne hier was bauen, weil das sieht so schön aus hier. Ich weiß halt noch nicht genau, wo wir was bauen könnten. Okay, das Wetter ist jetzt natürlich wieder nicht so toll. Sagt er gerade und jetzt haben wir den Schneesturm hier. Ach ja. Komm, wir packen mir den Schneefuchs aus und machen uns ja auch wirklich. Soll ich den Teleporter mal auspacken? Komm, wir packen mal den Teleporter aus. Wenn ich schon hier bin, packen wir den mal aus. Ich habe das Modul nicht mitgenommen. Ja, na toll. Ich habe das Modul nicht mitgenommen. Egal. Dann hat sich das auch schnell... Ich dachte, wir machen mal ganz sneaky jetzt hier. Teleportieren wir mal und gucken mal, wie das funktioniert. Ja. Soviel zu, wir proben das mal aus. Das war gerade unglücklich. Jetzt bin ich unglücklich aufgekommen. Das ist wieder doof. Wo habe ich den Teleporter hingeschmissen? Habe ich den in... In der... Dingens? In der Seebahn verstaut? Boah, mein Gedächtnis ist im Augenblick echt katastrophal jetzt hier. Das darf doch nicht wahr sein. Das wäre natürlich toll, wenn wir jetzt hier zurücktauchen können. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Oh, ey. Wo war denn hier? Ich muss mir die Sachen unbedingt noch mal merken. Beziehungsweise wenn wir mal... Oh. Nein, da brauchen wir nicht hin. Ich will dich jetzt nicht kaputt machen. Okay. Können wir da runter? Wir wechseln die Klamotten noch. Ne, woher ist das? Das habe ich dann hier gemacht. Ich habe halb und halb gemacht, wa? Okay, nach unten. Zurücktauchen. Und dann gucken wir uns mal drüben den Bereich Null nochmal an. Ich hoffe nur, dass das noch nicht das Ende ist, weil ich habe nur so viele Dinge zu lesen hier. Die würde ich gerne echt noch abschließen. Wo sind wir denn hier? Lassen wir schnell zurück. Habe ich was verpasst? Äh, doch, hier bin ich richtig. Oh. Okay, jetzt schnell die Klamotten wechseln. Au, au, au. Das muss echt wehtun. Also wenn das so stark hier runterkommt und hagelt, das muss richtig wehtun. Das muss richtig, richtig wehtun. So, wir gehen hier wieder zurück. Hier hagelt es mir auch noch. So. Okay, dann haben wir das auch gleich wieder geschafft. Da muss ich gleich nochmal gucken. Ich habe den Teleporter da noch in der Seebahn drin, aber ich habe den nicht mehr dabei. Was habe ich denn damit gemacht? Das darf doch nicht wahr sein. So, wieder zurück. Okay. Uäh. Jetzt hänge ich hier schon an so einer unsichtbaren Kante. Okay. Wir sind raus. Dann wieder zurück und dann... Oh Mann, das ist wieder echt so eine Mereben-Geschichte. Die letzte Episode. Nur, dass die letzte Episode ein bisschen länger gedauert hat. So. Drehen und dann wieder zurück. Okay. Das ist ganz cool eigentlich. Wenn der ein bisschen, wie soll man sagen... ...nicht so träge wäre, wäre der echt nice. Der Schneefuchs. Manchmal reagiert der nicht ganz so gut, aber vielleicht ist das auch so, dass man, wenn man schwebt, nicht so präzise um die Kurve kommt. Aber ich hätte gesagt, durch die Düsen müsste es besser gehen. Weil du hast ja hier für den Auftrieb die Dinger und ich hätte gesagt, die Düsen müssten das dann eigentlich ausgleichen, wo man hin will. Die Schuhflüsen. So. Parken. Okay. Das haben wir geschafft. Das Gute ist, wir können Gegenmittel jetzt herstellen, so viel wir wollen. So. Ich habe hier natürlich keinen Platz in dem Inventar, ne? Ne. Nehm ich das Zeug mit oder lasse ich es hier liegen? Puh. Ich nehme es mal mit. Komm, wir nehmen mal ein paar Sachen mit, die wir hier nicht brauchen, damit wir Platz kriegen. Guck mal, hier sind noch Poster, die habe ich gar nicht mitgenommen. Die Sachen nehme ich mal mit. Das nehme ich mit. Ach, geht gar nicht mehr. Dann lasse ich... Warte mal. Ich muss die Klamotten an. Die Klamotten kann ich gerade nicht wechseln. Was lasse ich denn mal hier? Ich kann gar nichts hier lassen, ne? Äh. Dann lasse das da und gebe mir... Davon noch einen mit. Und den Energiewürfel. Den Rest können wir hier lassen, oder? Das brauchen wir jetzt drüben auch nicht unbedingt. Wasser reinigen uns zu blättern, da nehme ich immer alles mit. Wobei, hier steht, erzeugen kommen wir zu mit einem Schneeball Trinkwasser. Lassen wir vielleicht einen hier, dann haben wir doch Trinkwasser für den Notfall. Aber andererseits brauchen wir es eigentlich nicht. Ich kann das natürlich nicht zu essen mit denen, ne? Aber brauchen wir nicht. Komm. Wir gehen jetzt zurück. Zurück, zurück. So, das lassen wir stehen. Und dann müssen wir gucken. Dann muss ich aber gleich den Wegweiser wieder anmachen, weil den habe ich ausgemacht. Dann müssen wir mal schauen. Boah, ich habe noch 70 Dinger zu lesen. Ob ich die alle noch weggelesen kriege? Das wäre ein bisschen viel, glaube ich, ne? Da müsste ich eine Episode dazwischen schieben, wo man das einfach nur liest. 73 habe ich noch. Oh Backe. So. Tauchen. Habe ich den zufällig hier reingeschmissen, den Teleporter? Habe ich. Hätte ich mitnehmen können, habe ich nicht. Egal. Okay, wir fahren zurück. Wir haben das mit dem Gegenmittel erledigt. Dann schwimmen wir jetzt zurück und dann können wir uns die ganzen Fische mal angucken, die wir dann noch vom Gericht haben. Ich weiß gar nicht, ob wir noch mehr züchten konnten oder könnten. Ich weiß nicht genau, wie viele Eier es noch gibt. Ich habe auch nicht alles gescannt, ne? Ich habe den, doch den Wurm konnte ich scannen, aber den Leviathan in der Kristallhülle konnte ich nicht scannen. Der hätte irgendwo festgebackt sein müssen und dass wir den irgendwie scannen können. Den hätte ich auch gerne gelesen, da was der für Infos hat, aber ich wollte jetzt auch nicht verknuspert werden. Hallo. Ich habe mich verlämpft. So, okay, dann gehen wir zurück jetzt. Dann suche ich die Sachen gerade raus. Ich hoffe, ich habe genug Platz. Aber eigentlich müsste ich hier die Schränke mitgenommen haben, glaube ich, die Regale. Dass ich das machen kann. Den Schneefuchs kann ich eigentlich immer im Inventar lassen. Dann kann man nämlich schnell rüberbrausen. Das geht ein bisschen schneller, als wenn wir da laufen müssen. Das ist ganz gut. Und, ähm, dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass es noch nicht zu Ende ist, wenn wir Ellen hier zusammen gebastelt haben. Beziehungsweise die Einrichtung finden, wo wir Ellen zusammen basteln können. Sagen wir es mal so. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir dann da an der richtigen Adresse sind. Schön wär's natürlich. Ah, mal schauen. So. Oh. Habe ich schon den Lack angeditzt, schon mein Kopf auf. Erstmal abladen. Äh, hier, gecraftete Sachen. Da kann rein. Puh, packe ich das Zeug da auch rein? Weiß ich gar nicht. Das Zeug, das Zeug, das Zeug. Das kann da rein. Den Kristall muss ich wegpacken. Hier rein. Das kommt da rein. Würde ich pauschen, aber die Säcke kommen da rein? Wieso habe ich die mitgenommen? Weiß ich gar nicht. Wasserreinigungs-Tabletten-Poster habe ich noch. Die könnte ich auch nach oben irgendwo hinquetschen. Where? Quetsche mal ganz oben, würde ich sagen, erstmal hin, oder? Habe ich hier irgendwas, um das einzulagern? Hier? Ja, da habe ich. Okay, gut. Dann packen wir das da rein. Ich packe die Poster hier auch erstmal rein. So wird das alles los. Das können wir noch futtern. Nein, das wollte ich nicht noch reinpacken. Das wollte ich futtern. Okay, alles weggeknustbar. Das sieht eigentlich ganz gut aus jetzt hier, wo alles gewachsen ist. Wobei, warte mal. Geben wir nochmal ein paar von den Dingern hier. Die sind einfach eher gibiger als die anderen Dinger. So. Nehme ich noch zwei mit. Okay. So, dann gucken wir uns hier mal unsere Freunde an. Äh, wo sind sie denn? Da ist er, da ist der Pirscher. Den kann man erkennen. Da ist dieses blöde Viech. Hier, das hier. Das so nervig ist, was einen so hypnotisiert. Und, wo ist Nummer 3? Ich sehe Nummer 3 gerade nicht. Jetzt schwimmt hier so viel rum, das ist der Wahnsinn, ey. Das Aquarium ist aber schon ein bisschen am Limit, habe ich das Gefühl. Aber der Eisfisch, äh, der, 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 der hier schießt, der den Ringfisch beschützt, der ist irgendwie nicht in seiner Nähe, ne, oder? Aber hier ist so viel los, das gibt's gar nicht. Ich finde den nicht, ne? Merkwürdig. Pinacarys. Blaurochen. Blaurochen. Wo ist denn der Blaurochen? Ach, da, da ist er. Okay, alles klar, hier, er, hier. Den haben wir also auch. Okay, dann haben wir die ganzen extravaganten Fische auch. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, Batterie können wir gerade wechseln. Wenn ich das so sehe. Ich will mal, wie wir bei der Raum willen. Eine. Zwei. Zwei Batterien. Okay, die drei. Wechseln. Vier. Wechseln. Licht aus, dann können wir das hier wieder reinsetzen. Okay, dann haben wir das noch erledigt. Okay. Dann haben wir das, das, das. Was fehlt dir denn jetzt noch? Irgendwas wollte ich, also die Sachen wollte ich noch mitnehmen hier, genau. Muss ich mir ins Inventar packen. Oh, hab ich genug Platz im Inventar? Die drei Diamanten musste ich mitnehmen. Das muss ich mitnehmen. Das brauchte ich nicht mehr. Das brauchte ich noch. Drei Kyranid. Den, die beiden, die beiden, die beiden. Ich glaube, dann habe ich alles, oder? Achso, kann ich ja hier gar nicht bauen. Da auch nicht, ne? Ne. Das muss ich, glaube ich, bei der Alienstation bauen. Gucken wir mal gerade, ob ich alles zusammen habe. Die kann ich bauen. Da steht Polyanilin. Das brauche ich noch. Und das kann ich auch bauen. Ja, Polyanilin fehlt tatsächlich noch. Da ist es, okay. Ja, dann haben wir das. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich die Seebahn doch nochmal umbaue. Ruckel, ruckel. Dann lagern wir die Sachen jetzt mal ein. Äh, habe ich hier noch Platz zum Einladen? Ich hoffe es mal. Kann man das alles reinschmeißen? Ich hoffe es mal. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Passt. Alles weg, ne? Ja. Die Sachen, ach, die habe ich jetzt mitgenommen. Pack die erstmal da rein. Okay, dann haben wir ein bisschen mehr Platz jetzt im Inventar. Ich bin nicht entschuldigen, ob ich noch das andere Modul mitnehme. Da wird die Seebahn aber wieder länger und langsamer. Das ist auch blöde. Den Teleporter wollte ich eigentlich mal ausprobieren. Probier ich drüben. Ist egal. Komm. Oh, ich sehe gerade, wir sind ein bisschen angeditscht. Was ist das denn? Habe ich das nicht repariert hier? Na, nur. Sieht das mit euch aus? Seid ihr noch angeditscht hier? Ich hoffe nicht. Sagt er ja gerade und dann ditscht mir da irgendwas an hier. Okay. So, dann gucken wir mal. Jetzt ist es natürlich wieder dunkel, wie immer. Es muss ja immer dunkel sein, wenn wir uns auf dem Weg machen. Ich muss mal gerade die Wegfaser checken. Wir brauchten... Station, Fragezeichen, nein, wo war denn das? Fakierkundung, Items, Portal. Flussabkürzung, Abteil. Das ist sowas mit Riesenpilze. Boah, ich weiß es nicht mehr. Explo-Höhle, Eingang Kyanid, Anleger zu Station Delta. Und Flussversorgungslager. Hm. Das bin ich gerade überfragt. Sehe ich gerade nicht. Ich glaube, die Richtung war das. Bin mir nicht sicher. Wir fahren nochmal dahin. Ich meine, wir mussten hier lang. Dann dran vorbei? Ich glaube, ja, ne? Hoffe ich mal. Bin mir nicht sicher. Jetzt müsste ich in meine Episode mal reingucken, um zu sehen. Ah, da musst du hier hin. Schauen wir mal. Energie habe ich noch genug da? Ja. Wir haben ja noch eine Energiezelle da. Aber wir haben, glaube ich, keine große Energiezelle da. Ich bin nur normal für den Notfall. Dass wir ein bisschen mehr Energie hätten hier. Das wird schon wieder in Ordnung. Ich werde dann gleich mal gucken können. Aber ich habe da nichts gesehen, was wir da machen können. Da muss ich mal schauen. Ich muss auf jeden Fall gleich erst mal ein bisschen was lesen wieder. Dass wir hier noch ein bisschen was bekriegen. Wir haben so viel noch zu lesen. Das gibt es gar nicht. Oh, Mann. Ich würde das gerne drastisch runterdrücken. Ich hätte viel, viel mehr lesen müssen am Ende der Episode immer. Das wäre besser gewesen. Mal gucken. So. Da lang? Oder wo muss ich jetzt lang? Ich glaube, ja, ne? Da ist noch ein Gewitter draußen. Wir sind so oben. Das CNL ist schon vorbei, das Gewitter. Sonst hätte ich nämlich jetzt Gewitter in Aufnahme. Das wäre nicht so toll. Pinguin, Entschuldigung. Oh. Da kam ein richtiger Fünfleck. Ich habe es genau gesehen. So. Wir müssen jetzt hier lang, ne? Oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ne, warte mal. Irgendwie bin ich hier falsch. Da muss ich lang? Ich glaube, ja, ne? Hier lang, ne? Hoffe ich mal. Bin mir nicht sicher. Vielleicht glaube ich, hier bin ich richtig. Ja. Hier müsste ich richtig sein. Jetzt muss ich an den Eiskastern vorbei. Da ist der Eingang. Okay. Dann machen wir eine Drehung. Oh, das wird ein bisschen eng hier. So. Das ist wieder Zappen-Booster wie immer. So. Nach oben. Hier waren ja die abgefahrenen Pflanzen. Die habe ich ja ganz vergessen. Aha. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Habe ich die richtigen Klamotten an? Ja, habe ich. Guck mal, ne. Habe ich eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich die anderen Klamotten anziehen. Warte mal. Die habe ich unten. Dann lass mich mal die Klamotten wechseln. Das ist ja jetzt der Vorteil, dass ich die doch nicht weggepackt habe. Den, ich habe sie dabei. Aber ich habe keinen Platz im Inventar. Habe ich die reingeschmissen hier hinten, ne? Die Kiste? Hier die Kiste. Toll. Habe ich sie erst weggepackt? Jetzt kann ich sie doch wieder rausnehmen. Egal. Zack, zack, zack. Ab nach oben. Und ab nach draußen. Die Sonne ist da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier richtig bin. Aber das werden wir gleich sehen. Ob ich denn den... Bin ich jetzt doof? Ob ich denn den Schneefuß hingeballert? Ich hatte den doch vorhin noch. Sag mir nicht, ich habe den weggeschmissen. Dann kriege ich die Krise. Ich wollte aufräumen und jetzt... Jetzt hänge ich gerade. Das ist mir noch... Ne, Pox, wo bist du? Ne, ne? Habe ich ein... Ich habe... Gib mir den Teleporter. Ist mir schon egal. Komm, wir den Teleporter. Das ist alles geplant. Steigen aus. Das war alles geplant. Oh je. So. Oh man. Diese Kuh, wir haben schon Sturm hier. Hätte ich den Seefuchs mal... Äh, den Schneefuchs hier bloß. Habe ich immer genug... Genug Pflanzen hier. So musste ich jetzt lang da hohe, ne? Ich glaube ja. Das ist hier dieses Wetter. Ich überlege mir das nochmal dreimal... Und dann schauen wir weiter. War das jetzt hier? Oder war das woanders? Ich bin echt überfragt. Ich weiß es nicht mehr genau. So, ah ja. Bei der Pflanze muss ich aufpassen, dass wir den Hintern nicht verbrennen. Irgendwie, ne? So war das, glaube ich. So. Jetzt kommt noch gleich da sein. Hoffe ich mal. Bin mir nicht sicher. Ja. Okay. Waren wir hier richtig? Oder waren wir hier nicht richtig? Ich habe hier nämlich nur noch so ein bisschen im Kopf gehabt. Aber Alan wird sich dann schon melden, glaube ich. Wenn wir hier richtig sind. Kann ich mir noch Kaffee besorgen hier? Ne, geht nicht, ne? Ne. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine medizinische Einrichtung ist hier. Weil da hast du... Guck mal, das sieht doch aus eigentlich. Als könnte man hier was bauen. Konnte ich hier was scannen? Ne, konnte ich nicht. Hier, aber guck mal, du hast eine Röhre und so. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wir hier richtig sind. Da war ein Portal... Das haben wir nicht aktiviert, fällt mir gerade so auf. Warum ist das Portal nicht aktiviert? Oder ist das zufällig der Teil, den wir brauchen? Hier, die andere Seite, das Gegenstück dazu. Das kann natürlich auch sein. Aber guck mal, das sieht doch für mich aus so ein bisschen wie... Als könnte hier was gezüchtet werden. Aber Alan sagt ja nichts, ne? Könnten wir hier noch was scannen? Ne, ich glaube nicht, ne? Ich frage mich auch, warum das hier alles eingedings ist. Können wir das scannen? Ne, da kommst du nicht hin. Darfst du da nicht hingehen. Okay, interessant. Ja, ist eine unsichtbare Wand hier vor. Ha, da ist meine Überlegung wohl doch nicht richtig gewesen. Ich hätte gedacht, dass das das hier ist. Wo wir hin müssen. Weil das ist für mich ein bisschen medizinisch aus, muss es zu geben. Aber anscheinend wohl doch nicht. Wir kommen jetzt hier rein, können das nicht scannen. Weil das sieht aus, als könnte hier was gezüchtet werden. Und hier kommst du dann raus. Ne, ich glaube nicht. Kann auch nicht scannen, ne. Tja. Das ist nicht richtig hier. Das sieht auch aus, als wäre hier eine Tür normalerweise. Vielleicht, bin mir nicht sicher. Ja, dann haben wir nämlich umsonst angefangen hier, ne? Dann muss ich nochmal gucken. Das ist jetzt aber blöde. Wie mache ich denn das dann? Jetzt sind wir hier hingegangen und scheint doch nicht nichts zu sagen. Der Teleporter ist auch noch nicht aktiv. Wir können aber mal gerade den anderen Teleporter testen jetzt hier, wenn ich den schon gerade hier habe. Wenn wir schon gerade hier sind, können wir das doch mal gerade machen. Kann ich dich hier hinquetschen? Ja. Wow. Diese Technologie ist echt nice. Ein Viertel hat es gebraucht, ne? Ne, ein Drittel. Okay. Nice. Kann ich das, wenn ich das Ding in die Hand nehme? Wechseln. Ne. Es nutzt also den Energiecube dafür. Okay. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, kannst du dich damit wegbeamen. Alles klar. Nice. Funktioniert. Packen wir erst wieder zurück. Das finde ich nice. Auch wenn das Schiff schief steht. Bzw. Seebahn. Kannst du es hierhin teleportieren. Das finde ich ganz gut. Achso, ich muss nochmal reparieren gerade. Warte mal. Reparieren wir gerade mal. Kann ich das hier reparieren? Ne, ich muss aussteigen, ne? Reparieren wir gerade. Okay, komm, wir gucken mal. Was habe ich denn noch im Ding jetzt? Das ist aber jetzt ein bisschen blöd. Ich dachte, ich kann noch was zeigen. Kann ich aber gerade nicht. Gucken wir mal, Geologiedaten. Hier. Baumschlot. Durch heißes Gas, das über Jahrtausende durch die Planetenkruste nach oben drückt. Der verzweigte sich, das verdichtete, mit Magnesium und Aluminium angereicherte Gesteine spaltete sich, was zu diesen markanten, baumartigen Schloten führt. Das Ökosystem, das in und um diese Öffnung entstanden ist, wird hauptsächlich durch das vorhanden sein chemosynthetischer Lebensformen ermöglicht, die letztendlich die leuchtenden thermophilen Korallen anzogen, die die Äste der Schlote säumen. Eischlagmied. Diese Eischlagmieden werden von extremophilen Bakterien bewohnt, die die bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt überleben und sie vermehren können. Dies ist durch die von den Bakterien abgesonderten Frostschutzmittel möglich, die die Zellumgebung in flüssigem Zustand halten und die zerstörerische Bildung von Eiskristallen verhindert. Okay. Herz aller Rohstoffe hinter lockerem Gestein. Das ist ziemlich eindeutig. Geysir. Diese glacialen Dampfquellen oder Geysire sind periodische intensive Eruptionen von heißem Wasserdampf, der aus Spalten in der Eisdecke austritt. Die Temperatur des Hauptwasserdampfausbruchs ist hoch genug, um bei jedem unvorsichtigen Beobachter ernste Verbrennungen im ersten Grade zu verursachen. Ein Standard-Alterra-Mehrzweck-Tau-Reinzug reicht aus, um Hautschäden zu vermeiden. Große Formation aus Morganit. Morganit ist eine seltene Varietät von Beryl, einem beständigen Mineral, das aus einem Aluminium-Beryllium-Silikat besteht. Die auffällige violette Färbung ist ein Hinweis darauf, dass während der Bildung Spuren von Mangan vorhanden sind. Okay. Beryllium. Interessant. Großes Smaragd in reiner Form ist Beryl, normalerweise farblos. Dieser große Kristall enthalten Spuren von Chrom, was zur Ausbildung der hier gezeigten charakteristischen Smaragdgrünen Farbe führt. Bergbauaktivitäten in der Nähe dieser Kristalle legen nahe, dass sie zur Verwendung in der Bauertechnik von Wert sind. Das war die Smaragdhülle, wo wir sie gefunden haben. Kyanit. Kyanit ist ein blaues Silikatmaterial, das sich bei hohen Temperaturen und hohem Druck bildet. Es ist bis zu 1100 Grad Celsius hitzebeständig und thermoelektrisch, was es zu einem wertvollen Bestandteil von Werbekraftwerken macht. Beurteilung unverzübbar in der fortgeschrittenen Fabrikation. Losgelöstes Wrackstück. Metallschrott kann in jedem Fabrikator wegen seines Titanengehalts verarbeitet werden. Das haben wir auch schon gemacht. Nickel-Erz. Nickel ist ein formbares Metall mittlerer Härte, das ausgiebig in der Produktion von starken Metallmitgliederungen eingesetzt wird. Es findet in der gesamten Bauindustrie Verwendung. Beurteilung unverzichtbar in der fortgeschrittenen Fabrikation. Okay. Rubin haben wir noch gesucht. Ein harter blutroter Edelstand aus Aluminiumoxid. Die strukturelle Integrität von Rubin kann im fortgeschrittenen Fahrzeugbau und der Fahrzeugmodifizierung eingesetzt werden. Beurteilung unverzichtbar in der fortgeschrittenen Fabrikation. Uranid haben wir noch. Uranid ist ein natürlich vorkommendes Uranoxid. Es ist hoch radioaktiv und stabil. Daher wird es hauptsächlich in der Produktion von Uranbrenn stehen. Für Kernreaktoren eingesetzt. Beurteilung Verwendung in der Kernenergie. Guck mal, da haben wir auch schon der 10-Dinger geschafft. Was haben wir denn noch? Großartig. Pflanzen und Tiere haben wir jetzt noch übrig. Okay. Da machen wir uns aber erstmal wieder auf den Rückweg. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo wir hingehen können. Das ist doof. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich hatte eigentlich gedacht, wir machen jetzt hier zack, zack, zack. Nägel mit Köpfen. Andererseits gut, ich würde gerne die Dinger noch fertig gelesen haben. Aber ich bin jetzt gerade echt im Überlegen, wo ich hin muss. Wenn das Ding hier nicht aktiv ist, muss es irgendwo noch was geben, wo es ein Portal gibt. Die Frage ist, wo? Wo müsste ich noch was aktivieren? Tja, da muss ich noch mal in mich gehen, fürchte ich, wa? Und rausfinden. Oder ich muss die letzte Platz gucken. Ha. Ja, oder ich muss echt mal gucken, wie ich das machen kann. Irgendwas habe ich noch übersehen. Irgendwo muss ich noch... Er sagte, wir müssen den Ort noch finden. Beziehungsweise, was in der medizinischen Einrichtung aussieht. Wo könnte noch was sein? Warte mal, wir haben den Analysator noch im Startbereich. Könnten wir mit dem interagieren? Der wäre noch eine Option, direkt da, wo wir unsere Base haben. Vielleicht können wir den benutzen, um das zu bauen, was wir haben wollen. Aber das sieht nicht aus wie eine medizinische Einrichtung. Ein Versuch ist es wert. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt. Ähm. Wo könnte das Ding sein? Ich bin gerade echt am überlegen. Hm. Bei Margaret da hinten? Ne, da war der so ein Lied. Bei Margaret unten noch irgendwo in der Hülle nicht. Ich glaube, ich habe das nicht so gesehen, oder? Oder warte mal, was? Opa, wenn ich darüber nachdenke. Ich könnte aber wahrscheinlich direkt dran vorbeigelaufen sein. Ich habe es mir noch nicht gecheckt. Äh. Das kann natürlich sein. Das wäre natürlich nicht so toll. So, wir gehen hier rüber. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Parken. Okay. Ich hoffe, wir parken richtig. Wir parken total schief. Okay. Jetzt sind wir richtig. Immer noch nicht. Das gibt es doch nicht. Ich hätte gerne so ein Höhlenmesser, muss ich zugeben, wo man genau sehen kann. Und ist klar, jetzt stehst du richtig. Jetzt stehe ich falsch. Okay. So muss es gehen. Oder kann man das vielleicht an der Hand des Punktes ausmachen. Aber das geht ja nur, wenn er oben ist, an der Oberfläche. Okay. Äh. Habe ich noch was zu futtern dabei? Ja, habe ich. Ich hole mir noch mehr zu futtern, weil ich gerade sehe, das reicht nicht. Ich kann mir oben zwar was holen, aber sicher, sicher. Dann können wir uns die... Ne, die Fisch hatten wir schon gesehen. Die brauche ich ja nicht mehr checken. Zack, zack, zack. Zack, zack. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Tja, wenn da jetzt auch nichts ist, dann... Puh. Weiß ich auch langsam nicht mehr weiter. Es muss eigentlich eine medizinische Einrichtung sein. Das Ding war keine medizinische Einrichtung, glaube ich nicht. Ich weiß aber auch nicht genau, wo... Wo dieser Standort sein kann. Das ist noch was, was es eigentlich gilt herauszufinden. Ah, gut, ich habe die Sachen noch an. Sehr gut. Dann habe ich ja keinen Stress hier, wa? Äh. Wo muss ich denn da langlaufen? Da hinten lang, ne? Ich muss hier drum herumlaufen. Tja, wo konnte ich denn da nochmal gucken? Es fehlt noch ein Portal irgendwo. Irgendwo muss noch ein Portal sein. Moment, hier bin ich nicht richtig. Oh, ey. Da ist Ende. Ne, hier sind wir nicht richtig. Wo bin ich denn hier lang? Ich konnte doch irgendwo unten langlaufen. Oder muss ich da ganz unten langlaufen? Kann natürlich auch sein. Ja, wir mussten hier am Strand langlaufen. Alles klar. Hier sind wir richtig. Pinguinbaby würde ich auch gerne nochmal mitnehmen, muss ich zugeben. Die Frage ist nur, was mache ich dann damit? Weil gebrauchen kann ich es ja wahrscheinlich nicht. Das ist genau so wie mit den Robben. So, jetzt brauchen wir mal Licht hier. Okay. Sieht schon echt nice aus, ne? Wenn ich mal hier so gucke. Schönes Bild. Da geht Licht und die Sonne unter. Hier sind ganz schön viele, aber hier sind keine Kinder, ne? Hier sind keine Babys. Okay, dann lass mal gucken. Da war das Gerät. Das erste, was wir gefunden haben. Konnte ich hier noch irgendwas mitmachen? Außer scannen? Ne, konnte ich nicht, ne? Nope. Mehr konnte ich damit nicht machen. Das ist ja jetzt doof. Tja, soviel dazu. Das hat ja wieder nicht hingehauen, würde ich sagen, was? Ich dachte, wir können auch noch scannen, sonst irgendwie. Ne. Aber ich falle schon im Kopf. Das ist jetzt doof. Ja. Ne, dann muss ich die Einrichtung für dich noch finden, wa? Ich habe die Befürchtung. Das wäre aber ganz, ganz böse. Das ist genauso, was es ist wie mit dem Gegenmittel. Das Gegenmittel war in der Nähe von dem Gebiet. Du musstest durch das ganze Gebiet durch. Hast Gegenmittel mitgenommen. Er hätte nicht kurz zurückgehen können. Und er hätte das sofort verabreichen können. Dann wäre die Story in der Hinsicht schon abgeschlossen gewesen. Und ich habe die Befürchtung, dass das mit mit dem jetzt hier, mit Ellens Körper auch der Fall sein könnte. Wir mussten die Sachen jetzt sammeln. Und in der Nähe von dem letzten Teil vielleicht ist da ist ja die Base. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss doch die Base sein hier. Ist Huch, jetzt guckst du es wieder. Ist das Gebäude, was wir suchen. So. Ich kann mal die Sachen gerade wieder wechseln erstmal. So, so. Tja, jetzt weiß ich natürlich nicht weiter. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich muss immer schauen. Ich würde sagen, ich lese jetzt noch ein paar Sachen. Dann haben wir heute nur eher eine Lese-Episode. Das tut mir leid. Aber andererseits kriegen wir noch ein bisschen was weg hier. Und ich hoffe, ich finde in der nächsten Episode dann endlich die Einrichtung, die wir brauchen, um Ellens Körper wieder zusammenzubauen. Beziehungsweise dann, dass ich das noch markieren kann. Müsste ich mal gucken. Da muss ich dann wieder zwischen den Episoden was machen, fürchte ich. Weil ich nämlich jetzt keine Lust habe, hier Kreuz und Fette zu suchen. Vielleicht, obwohl, nee. Hier steht, glaube ich, nichts mehr, oder? Das sind, glaube ich, nur noch so wertbares Tiere. Nee, ich glaube, hier war nichts mehr. Hier sind keine Informationen mehr, die ich jetzt hier sehen könnte. Da müssen wir wahrscheinlich gucken. Na, guck mal. Blautasche. Die haben wir ganz am Anfang gefunden, hier, glaube ich. Blautaschen wachsen in Gruppen und einem ineinander verschlungenen Wurzelsystem. Das Wasser in die Tasche filtriert. Das Wurzelsystem enthält Frostschutzproteine, die die Bildung von Eiskristallen in intrazellularen Strukturen verhindern. Sobald das Wasser in die Tasche gesaugt wurde, wird es zur späteren Verwendung gespeichert. Auch die Tasche ist mit Frostschutzmittel ausgekleidet, sodass die Inhalt nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist. Ja, das macht Sinn. Die finde ich voll cool. Die würde ich gerne anbauen, muss ich zugeben, die Frostarkazie. Diese ungewöhnlichen mehrstämmigen Bäume sind hervorragend an die rauen Bedingungen ihrer Gletscherumgebung angepasst. Nährstoffquellen sind auf dem Gletscher selten und begrenzt und diese Bäume bilden schnell wachsende Wurzelsysteme, die im eiseingeschlossenen, felsigen Material aufspüren. Äh, das dichte Laub fängt die Energie der Sonne via Photosynthese ein und bildet eine geschützte Umgebung für das Wachstum ihrer bioluminisierenden Früchte. Die konnte ich nicht mitnehmen, ne? Glühpils. Glühpils kommen häufig in dunklen Höhlen vor und zeichnen sich durch ihre Biofluosens aus, eine einzigartige Fähigkeit elektromagnetische Strahlung aufzunehmen und wieder abzugeben. Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Prozess der Biolumineszenz, denn viele Unterwasserlebensformen auf dem Planeten 4546b aufweisen. Biolumineszenz ist eine chemische Reaktion, die durch luziferen Moleküle ausgelöst wird, wenn sie Sauerstoff ausgesetzt werden. Den fand ich cool, den hätte ich auch gern gehabt, den Lampion bauen. Molekularscans weisen auf einen äußerst langsamen Zellmetabolismus hin, was auch durch Kohlenstoffdatierung untermauert wird. Die Pflanzzellen scheinen in einem Vorgang beteiligt zu sein, der als Transdifferenzierung bekannt ist. Dieser Vorgang verändert den Zellzustand und wandelt die Zellen mit der Zeit in einen anderen Zelltypen um. Mithilfe dieses Vorgangs ersetzt die Pflanze ständig minderwertiges biologisches Material, egal, was es ihr ermöglicht, zumindest potenziell außergewöhnlich lange zu leben. Das wäre krass, wenn wir so eine Fähigkeit hätten. Die Frage ist nur, wäre das gut? Da es die Frage ist, wie lange würdest du da leben? Und wie träge wärst du dann, wenn die sich so langsam mit der Brüssel was hat? An sich nicht schlecht, weil dann lebst du im Grunde genommen länger, weil die Zellen nicht so schnell verbraucht werden. Aber andererseits die Frage, wie lange dauert es, bis die defekten Zellen ausgetauscht werden. Die sorgfältig regulierte Struktur der Zellbiologie dieser Pflanze und die offensichtliche Zuschaustellung unter anderem fremden Artefakten lässt darauf schließen, dass die Erbaue dieser Pflanze zu einem ästhetischen und kulturellen Zweck erschaffen und angepflanzt haben, über den wir nur spekulieren können. Hätte ich auch gerne angepflanzt, darf ich leider nicht. Lila Schneepalme Lila Schneepalme sind große Landpflanzen, deren Stil sich schrittweise häutet, deswegen ihr Fuß aussieht, als würde er schmelzen. Mit der Zeit härtet das gehäutete Material aus und bildet eine dicke Schutzschülle um den Stängel der Pflanze. Diese Schale stellt ein Hindernis für Tiere dar, die versuchen, an die Narv der Blüte und das wasserreiche Innere zu gelangen. Ein Selbstverteidigungsmechanismus, gar nichts blöde. Marmor-Anemone Diese an Land wachsenden Anemone werden durch eine symbiotische Beziehung mit kleinen Pilznester versorgt, die sich von den schleimigen Sekreten der Anemone ernähren. Okay. Lecker, lecker. Die sind ganz cool. Antennenlilie. An dieser Gattung fallen die bunten Blätter auf, die die Aufmerksamkeit vom Pflanzenfressern in der Nähe auf sich ziehen. Die hungrigen Fische, die die Antennenfrucht verschlingen, verteilen dabei die Samen der Pflanze über das Biom, wodurch der Lebenszyklus weitergeführt wird. Okay. So kann man es auch machen. Blechallraune Da sind die Höhlenrosen. Die waren ganz cool. Höhlenrosen gehören zu den größten mehrzelligen Organismen in diesem Sektor von 456b und sind kaum zu übersehen. Sie vermehren sich, indem sie einen stetigen Fluss von Spermazurzonen abgeben, die an Blütenpollen erinnern und durch Gasaustausch aus ihrer Öffnung herausgedrückt werden. In regelmäßiger Abstimmung wird ein großes Ei ausgestoßen. Nach der Befruchtung entwickelt sich das Ei zu einer Planularlarve, die sie durch die örtliche Umgebung treibt, bevor sie sich auf den Meeresboden niederlässt. Wurte und gesammelte Eier können in der fortgeschrittenen Fabrikation eingesetzt werden. Die haben wir mitgenommen. Das waren ja diese roten Dinger. Glaube ich noch. Hydrothermalquellen entstehen, wenn Wasser durch Risse in der Planetenkruste rinnt und schließlich mit heißen Magma in Wörungen kommt. Infolgedessen wird überhitztes Wasser nach oben getrieben und schießt aus dem Meeresboden. Die Wassertemperatur an der Quellöffnung war einmal hoch genug, um Blei zu schmelzen. Die zeitliche Einwirkung von Temperatur und Druck führte zur Entstehung der Gesteinsstruktur. Trotz der intensiven Temperaturen beherbergt diese Quellschoten ihr eigenes Ökosystem. Am Anfang der Nahrungskette befinden sich Chemolithotrophä-Mikroorganismen. Wow, was ist das für ein Name? Lebensformen, die sich von den chemischen Emissionen der Quellen ernähren. Ja, der Membran. Die haben wir auch gesehen in den Kristallölen. Diese Pflanzen weisen mehrere kreisförmige Ringe auf, in denen sich eine dünne, grüne Membran mit einigen luminisierend weißen Punkten spannt. Die Membran ist leicht klebrig und gibt ein Pheromon ab, das kleine Fische- und Mikroorganismen anzieht, die an der Membran kleben bleiben und dann verdauert werden. Wie eine Venusfliegenfalle nur unter Wasser. Wie cool ist das denn? Keimende Riesenseerosen. Ja, die kennen wir ja noch. Das erste Stadium im Lebenszyklus der Riesenseerose ist kritisch, denn der Sämling fängt gerade erst an, sich fest im Meeresboden zu verwurzeln. Er ist von einer Ansammlung kleinerer Sämlinge umgeben, die verzweigte Wurzelsstruktur der reifen Riesenseerosen bilden. Keimende Riesenseerosen benötigen nährstoffreiche Erde auf felsigem Untergrund und ständige Sonneneinstrahlung. Okay, boah, ja noch so viel zu lesen hier. Die lesen wir jetzt gerade noch und dann soll es das jetzt mal wieder gewesen sein. Die Episode ist schon ein bisschen länger und wir haben leider nicht viel gemacht. Das war jetzt ein bisschen, ja, was soll man sagen? Nehmen wir das Enttäuschende, ähm, Episode. Riesenseerosenwurzel, ein verwickeltes, dichtes Wurzelgeflecht, das gelegentlich Teile des Meeresbodens herauszieht und ein geflochtenes Netzwerk aus Pflanzen und schwebendem Gestein bildet. Das haben wir gesehen. Die ziehen dann einfach mal eben das ganze Ding mit hoch und schweben dann einfach in der Luft. Krass. Okay, wir haben noch ein Bild gemacht. Jo, das war ganz cool, das Bild. Ist leider nur ein Pinguin drauf. Naja, mal gucken. Wir haben wieder ein bisschen was gelesen. Ich hoffe, wir kriegen dann in der nächsten Episode noch ein bisschen was weggelesen und ich weiß hoffentlich, wo ich hin muss. Das wäre ganz toll. Da muss ich nochmal schauen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen gefallen. Das war jetzt eher Second Monitor Content, eher was für so nebenbei, weil da nicht so viel Wichtiges dabei war. Außer der Teleporter, dem fand ich cool, muss ich zugeben. Und ja, da muss ich mal schauen. Ich muss irgendwo, irgendwo muss ich das Gebäude finden oder die Einrichtung. Es wäre natürlich toll, wenn Alan da irgendwie noch ein paar Tipps geben könnte, aber mal schauen. Vielleicht fällt mir noch was ein oder ich finde hier noch was in den Unterlagen. Ich gucke nochmal und dann sehen wir uns in der nächsten Episode und gehen dann da hin und bauen Alan erst mal wieder zusammen. Ich hoffe nur, Alan ist auf unserer Seite. Das macht mir nämlich noch ein bisschen Sorgen. Und weil er nämlich halt zu der einen Frage, die wir gestellt haben, nichts gesagt hatte. Und das ist meistens entweder was, was sehr unangenehm ist, was man nicht sagen möchte, oder was etwas ist, was vielleicht etwas aufdeckt, was er nicht sagen möchte. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist dann meistens schon ein bisschen schwieriger dann einzuschätzen. Mal gucken. Wir sehen mal, wie es weitergeht. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.